Soziale Kontakte vermeiden, wegen des Coronavirus. Was soll das denn jetzt schon wieder heißen? Ficken verboten? Naja, das wäre mir egal. Mein einziger sozialer Kontakt ist mein Laptop und das Internet. Und das ist nur, hinterher darf ich das Händewaschen nicht vergessen. Also, nun haben wir gerade bei den Camps aufgehört. Corona geht ja nicht über das Internet zu übertragen. Oder er ist mich da etwa gerade bei den Camps aufgehört.